Zeuge Albert Wadewitz, Deutschland, Ingenieur 51 Jahre, 130. Verhandlungstag, 25.01.1965. Ich habe mit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Herr Wadewitz, Sie waren als Häftling dort und wann sind Sie denn hingekommen? Ich kam von Mauthausen nach Auschwitz im Sommer. 1900? 1940. 1940 bereits? Ja, ich durfte wohl der letzte deutsche Auschwitzer der ersten 10.000 Nummern sein, als politischer Häftling. Bereits 1940. Und wie lange sind Sie geblieben? Bis 3. Juli 1942 und dann kam ich zurück wieder nach Mauthausen-Gusen. Also sagen Sie mir bitte noch einmal genau die Daten vom... von August 1940... August 1940... bis... bis... Anfang Juli 1942. Anfang Juli 1942. Also knapp zwei Jahre. Ja. Und Sie waren ein politischer Häftling und hatten dort einen roten Winkel. Ja. Wo waren Sie denn untergebracht in dieser Zeit? Ja, also als Sie zuerst nach Auschwitz kamen, wurde ich, merkwürdigerweise, ich weiß auch heute noch nicht warum, am selben Tag wieder zurückgebracht ins Polizeigefängnis Beuthen. Ich war mit einem Transport gekommen mit zwei Dachauer-Kameraden. Wir waren aber in Zivil. Natürlich aber hatten wir keine Haare auf dem Kopf, die waren geschoren. Und die zwei Dachauer sind, wie ich dann später erfuhr, sind gestorben. Und ich kam noch einmal zurück ins Polizeigefängnis Beuthen. Und saß da ohne Vernehmung, ohne alles und kam erst im Dezember wieder nach Auschwitz. Und dort kam ich zunächst in den Block. Die Nummern haben sich ja nun leider geändert durch die Neubauten. Und zwar, wenn man vor der Küche steht, auf der die neun Meilensteine auf dem Dach zu sehen sind, links, also einer der 20er-Blöcke. Könnten Sie es uns hier an der Karte zeigen? Ja. Wenn Sie mal hingehen wollen. Da hinten, nein, das ist Birkenau, da hinten ist Auschwitz. Ja, ich muss jetzt mal sehen, wo ist der Eingang hier? Wo ist das Schuhhaus? Links unten, wo der schwarze Pfeil ist. Ach, da, ja. Da war das Tor mit der Bezeichnung Arbeit macht frei. Ja, ja. Und hier, in diesem Block. Ja, 17 hieß er früher. Ja. Nicht, die Nummern wurden ja geändert. Ja, und der hieß zum Schluss? Da, das kann ich nicht mehr sagen, weil inzwischen doch die Neubauten zukamen. Ja. Nicht, zum Beispiel hieß dieser Block, hieß am Anfang Block 9. Ja. Nicht? Und das war der Block 3 hier hinten. Der ist 3 geblieben. Durch die Reihe bis hinten nach 11. Und zu meiner Zeit war aber 12 und 13 noch nicht da. Ja. Ja. Und da unten dieser Block hieß damals wie? Dieser hier? Ja. Das ist der Block 17. Block 17. Ja, dann nehmen Sie bitte wieder was. Ja. Da waren Sie im Block 17. Und wie lange waren Sie dort? Ja, im Block 17 war ich etwa zwei, drei Monate. Und dann kamen wir auf den Block 6. Ja. Das ist also der Block, der gleich hinter 9 liegt. Ja. Block 6, und dort blieben Sie wie lange? Dort blieb ich ziemlich lange. Mit einiger, ja, ich glaube bis in den Winter hinein. Bis in den Winter, 41 auf 42. Und kamen dann wohin? Auf irgendeinen der Neubaublocks, die auf dem Appellplatz errichtet wurden. Die Nummer weiß ich heute nicht mehr. Aha. Aber auch noch im Stammlager? Im Stammlager. Ich war nie in Birkenau. Nun, warum sind Sie eigentlich damals ins Konzentrationslager gekommen? Ja, mein Vater war ein alter Liberaler. Und ich war in derselben Richtung. Ich war auch in der Schufo des Reichsbanners gewesen. Und das erklärt sich dann. Ich hatte auch schon 35 einen Zusammenschluss. Hatten Sie irgendwann eine Gerichtsverhandlung? Ja, 1935 im Februar. 1935. Und zwar wo? Im Oberlandesgericht Breslau. Und wie kamen Sie damals nach Breslau? Waren Sie dort zu Hause? Nein, ich bin Görlitzer. Aber das Oberlandesgericht war für mich zuständig. Ich weiß, damals war die Institution des Volksgerichtshofes noch nicht da. Ja. Sonst wäre ich wohl vom Volksgerichtshof gekommen. Und was hatte man Ihnen damals vorgeworfen? Ja, dort hat sich die Gestapo, wie man so sagt, selbst ins Bein geschnitten. Sie wollten mir absolut nicht nur Vorbereitung zum Hochverrat, sondern Landesverrat anhängen. Ja. Aber das Glück war das, dass das Oberlandesgericht Breslau, die Richter waren alles andere als Nazis. Das Ding ging aus wie das Hornberger Schießen. Man musste natürlich zu sechs Monaten wegen Fahrlässigkeit verurteilen. Das war alles. Und nach sechs Monaten glaubte ich nun, freizukommen. Aber der Tag meiner Entlassung war ein Sonntag. Ich war schon in der Abgangszelle im Jugendgefängnis Kletschkau bei Breslau damals. Und dann wurde ich zu dem Regierungsrat oder was er war, also dem Leiter der Strafanstalt, geführt. Und ich bekam offiziell meine Fahrkarte und mein Geld und so weiter, meine Zivilsachen. Aber im Vorzimmer wartete schon die Gestapo. Ich bin also von der Justiz formal entlassen worden. Und brachte mich gleich in das neu erbaute Polizeigefängnis Breslau. Dort lag ich wieder sechs Wochen und hörte und sah nichts. Die Polizei dort war nett. Es waren keine Prügler. Und der Polizeibeamte, der auf meiner Etage Dienst hatte, sagte mir, was wird denn nun werden? Ja, sagt er, die hier liegen, kommen meistenteils nach Sachsenhausen. Nun, ich hörte und sah nichts. Und eines Abends kam er um halb acht in meine Zelle und sagte, abziehen, Sachen mitnehmen. Da sage ich, wo komme ich hin? Da zuckte er die Achsel und sagte, aber es ist kein Gefängnistransport. Der würde ja frühmorgens gehen. Es ist ein Herr in Zivil da. Und ich komme in das Zimmer und da stellt sich mir der Sachverständige in meinem damaligen Prozess. Das war ein Major mit Namen Schneewind. War aber in Zivil jetzt da. Und er machte mir folgenden Vorschlag. Er sagte, ich möchte Ihnen folgenden Vorschlag machen. Sie sprechen sehr gut Englisch, auch gut Französisch. Und Ihr Beruf, haben Sie nicht Lust, Nachrichten optiert zu werden? Was sollte ich nun tun? Tja, ich sagte zuerst mal wieder Ja und Nein. Ich sage, ich muss mir das überlegen. Und er sagte, das ist schon gut. Nimmt ebenfalls aus der Tasche raus schon ein Billett nach meiner Heimatstadt Görlitz, also 160 Kilometer. Und gab mir noch einen 50-Mark-Schein. War ja damals viel Geld. Und ließ mich gehen. Sagt er, melden Sie sich bitte bei mir in 14 Tagen in der Carola-Kaserne 11 in Breslau. Gut, was sollte ich tun? Ich fuhr also erst mal auf den Bahnhof und habe mich erst mal anständig satt gegessen. Und setzte mich in Zug und fuhr nach Görlitz. Aber da war die Odyssee noch nicht zu Ende. In Görlitz komme ich an und wie ich durch die Sperre gehe, schon die Gestapo da und nehme ich sofort den Empfang und stecke mich wieder ins Polizeigefängnis Görlitz. Da habe ich nun wieder sechs Wochen nichts gehört und nichts gesehen. Auf einmal wurde ich plötzlich rausgeholt, wurde zum Gestapo-Stelleleiter Weichert gebracht, in der Augustastraße in Görlitz. Und er sagte mir, sie verdammte Schweine, haben Sie ja Glück gehabt. Sie fahren sofort nach Breslau und melden sich in der Elber-Kaserne. Also hat damals die Reichswehr, es war ja noch keine Wehrmacht, die Reichswehr über die Gestapo gesiegt gehabt. Ich bin nach Hause zu meinem Vater, der blind war, und habe gesagt, hör zu Vater, entweder ich muss Offizier werden oder ich muss ins Lager. Ich will keins von beiden. Und da bin ich wieder getürmt. Und zwar ins Saargebiet. Und das Saargebiet war ja nun schon deutsch. Und jedenfalls habe ich mich verborgen gehalten, aber man hat mich natürlich doch erwischt. Und zwar hat man mich wieder zurücktransportiert nach Görlitz, wieder ins Polizeigefängnis. Aber ich bin nach acht Wochen entlassen worden, mit der Auflage, mich beim Wehrbezirkskommando zu melden. Inzwischen war die Wehrpflicht da. Und dann hat man mich vorläufig in Ruhe gelassen. Bis zu meiner erneuten Verhaftung, also im Sommer 1939, als ich nach Mauthausen kam. Das ist also die Vorgeschichte. Nun, Herr Badewitz, es ist hier behauptet worden, Sie seien im Konzentrationslager Auschwitz auch gewesen im Block 10. Ja, vielleicht darf ich das erklären. Ich war niemals, was man einen sogenannten Funktionshäftling nennt. Also ich saß praktisch zwischen allen Stühlen. Das heißt, den ersten Tritt, den ich bekam, bekam ich vom Lager Elsten 1 Brotniewicz, also einem Grünen, weil ich der erste Rote war, der erste mit rotem Winkel. Ja, und zu den Polen hatte ich ja auch keinen Kontakt. Ich war also ganz heimatlos. Ich hatte keinerlei Unterstützung. Und, ja, was wollte ich sagen? Ich spiele doch etwas Bestimmtes. Ja, wie Sie im Block 10 gekommen wären. Ach so, ja. Also ich war, zuerst war ich beim Ziegelräumkommando, also alle Kommandos, die es waren. Ich war immer am Rande eines Muselmannes. Ich war noch nicht direkt Muselmann, aber nicht mehr weit davon entfernt. Und so eines Morgens auch beim Arbeitskommandos formieren, das ist schwer, das hier so zu erklären, weil die Zeiten, die hier zur Sprache gekommen sind, ab 62, da möchte ich sagen, war Auschwitz schon, das ist nicht zynisch gemeint, normalisiert. Das heißt, da war die Selektion die Chance, entweder sterben oder die Chance zum Überleben. Das gab es bei uns nicht. Wir hatten keinerlei Chance. Deswegen leben wir ja auch von den ersten Nummern nicht mehr viel. Und eines Morgens auch beim Arbeitskommando formieren zum Beispiel stürzten sich die Kabos mit Knüppeln auf die Leute raus und formierten die Kommandos zusammen, die Restkommandos. Zum Beispiel, wer Schuhe anhatte, wurde rausgezogen und so weiter. Und an diesem Morgen stand das Stehkommando. Ich muss das wohl erklären. Das Stehkommando ist also, abgesehen vom Holzhof Muselmann-Kommando, dem ich auch angehörte, ist das Stehkommando das letzte. Das heißt, die sind so schwach, die führt man schon gar nicht mehr raus, weil man weiß, man müsste sonst alle reintragen. Das ist zu umständlich. Wir brauchten für die kurze Strecke bis zum Holzhof, Sie werden es ja nun gesehen haben, die kurze Strecke brauchten wir fast eine Dreiviertelstunde. Das heißt, wenn wir beim Abendappell reinmarschierten, mussten wir schon eine Stunde vorher anfangen aufzustellen. Nun marschierten wir ja an Fünferreihen. Das Zählen ist wegen dem Tor. Immer 20 Fünferreihen ist eine Hundertschaft, damit das Zählen leichter war. Dann mussten also immer vier Häftlinge einen Toten tragen, damit das wieder eine Fünfergruppe ergab. Das Zählen ist wegen. Aber trotzdem dauerte der Marsch so lange, weil wieder von den Vieren, die nun ihrerseits einen Toten trugen, wieder welche zusammenfielen. Mussten also vom hinteren Ende wieder vier kommen, um den nun Umgefallenen wieder zu tragen. Deswegen dauert das ja lange. Und an diesem Morgen kam ich nicht mehr zum Holzhofkommando und verdrückte mich, wie man das im Lager ja so macht, zum Stehkommando. Und das Stehkommando stand zwischen Block 9 und Block 10. Und das Stehkommando ist also das Letzte, das lässt man dann in der Dezemberkälte stehen. Und da ist eben abends, lebt ja nicht mehr viel. Beziehungsweise der Rest ist am nächsten Tag hin. Und jetzt muss ich etwas erwähnen. Der Lager Älste 2 war ein Grüner, wie üblich. Leo, der war aber kein Mörder, kein Totschläger. Und der kommt dort vorbei, sieht das. Und in einer Anwandlung von Großzügigkeit oder Mitleid schickt er uns in den Block 10. In ein Zimmer des Blocks 10. Und die Scheiben zwischen Block 10 und 11, also wir sagten nicht schwarze Wand, sondern Skistand, zum Skistand zu waren Moiré bzw. Ornamentklass, waren also keinesfalls durchsichtig. Ich möchte das behaupten zum Zeitpunkt Ende November, Anfang Dezember 1942. Wie es vorher war, weiß ich nicht. Nun, ich sage immer, man muss, glaube ich, mit peinlichster Akribie an diese Dinge herangehen. Jetzt habe ich mir selbst die Frage vorgestellt, ob eventuell ein Nebenzimmer, eine andere Stube, es waren ja immer vier Stuben, ob das nicht so verglast gewesen wäre. Aber das ist wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht anzunehmen, sonst hätte sich ja diese Maßnahme in unserem Raum selbst attraktiven geführt. Naja, jedenfalls also in dem Zimmer, in dem Sie sich befunden haben, das war das erste Zimmer nach dem Eingang. Das kann ich gar nicht mal sagen. Das war ein Zimmer. Ein Zimmer. Etwa in der Mitte. Etwa in der Mitte. Und zwar, wir konnten es, auch unten waren schon Blenden da, man konnte aber nichts erkennen, man konnte nur hören. Man hörte die Kleinkaliberschüsse und den Ausruf, die nächsten drei. Das war zu hören. Man konnte aber nicht erkennen, wer schoss. Ja. Das war in Parterre? Ja. Das gab es nur, damals war der Block 10 ein Parterreblock. Diese Blocks sind alle erst später aufgestoppt worden. Ja. Und da war das Fenster geschlossen oder verschraubt? Ja, natürlich vollkommen verschraubt. Das konnte kein Mensch öffnen. Konnte niemand öffnen? Und es waren vor dem Fenster auch noch solche Blenden? Unten. Unten. Ja. Später sind ja die Blenden dann ganz hochgezogen worden. Ja. Nun, was hatten die Blenden überhaupt für einen Sinn, wenn man a. nicht durch das Fenster durchgucken konnte und b. die Blenden nur unten waren? Die haben doch nur einen Sinn, wenn sie hochgezogen sind. Die Frage ist berechtigt, ja. Ich glaube, man hat auch deshalb später die Blenden hochgezogen, weil ja mal eine Scheibe kaputt gehen konnte. Ja. Das ist die einzige Erklärung dafür. Also Sie konnten aus diesem Raum nichts sehen? Nein. Nun sagen Sie bitte, in diesem Block waren damals schon die Frauen untergebracht? Nein, nein, zu meiner Zeit nicht. Nicht? Das war 1942? 1941. 41. 41. 41 wendet November zu Dezember. November, Dezember, 41. Und waren Sie da nur einmal drin oder öfter? Nur einmal. Nur einmal. Ich habe zwar viel Leichen geräumt, aber aus dem Block 11 nur einmal. Ja. Ja. Nun, Sie konnten also damals zwar die Schüsse hören, Sie konnten aber nichts sehen. Nein. Die Frauen kamen erst später hinein mit dem Professor Glauberg. Sie wissen ja, was da in diesem Block vorgegangen ist. Ja, das wird aber sicher nach meiner Zeit gewesen sein. Nach Ihrer Zeit. Wann sind Sie weggekommen, sagten Sie? Am 3. Juli 1942. Ja. Am 3. Juli 1942. Ja. Nun, das wäre an sich das Beweisthema, aber ich hätte trotzdem noch verschiedene Fragen, denn wenn Sie in dieser Zeit dort waren, scheint mir es doch wichtig zu sein, ob Sie uns das eine oder andere noch sagen können. Sagen Sie, Sie hatten niemals ein Kapo-Amt. Ich war niemals Funktionsheftling. Sie waren niemals Funktionsheftling. Womit wurden Sie denn beschäftigt? Also ursprünglich sagten Sie, Sie waren bei dem Ziegelräumkommando, dann waren Sie beim Holzhofkommando, dann waren Sie bei dem Steherkommando und da waren Sie also schon so schwach, dass Sie, möchte ich fast sagen, an der äußersten Grenze des Lebens überhaupt standen. Wann hat sich denn das wieder geändert? Wann sind Sie denn da wieder nun davongekommen? Durch einen Zufall. Nicht einmal einen Zufall, sondern der Sender in Auschwitz, in der Kommandatur, ging kaputt. Und ich habe praktisch mein Lieber... Was war das ein? Der Sender. Was war das denn? Der 80-Meter-Band-Sender, der in Verbindung mit der... Die Zentrale aller Konzentrationslager war bekanntlich Oranienburg-Sachsenhausen. Ja. Und die Lager untereinander standen im 80-Meter-Band im Verkehr. Aha. Und der Sender fiel aus und der Hauptscharführer Engelschall ging die Liste durch und fand mich als Deutschen und da hatte ich die Chance und konnte den Sender reparieren. Das war natürlich wunderbar und kam anschließend sofort in die Radiowerkstatt. Das war also praktisch eine Lebensrettung. Und da wäre ich auch geblieben. Aber durch die Intrige des damaligen Elektriker-Kapos, Vogt oder Voigt, das ist ein Grüner übrigens, der muss hier aus der Frankfurter Gegend. Er war übrigens, er hat den Sprachfrankfurter Dialekt. Und Sie wissen, wie das ist, die Klickenkämpfe. Die Grünen wollten natürlich vermeiden, dass ein Roter eventuell Kapo werden könnte. Und da hat man mich, wie man im Lager-Genre sagt, Verschangheit. Eines Morgens plötzlich wird meine Nummer aufgerufen, ich komme sofort ab in Quarantäne und gehe auf Transport. Warum? Weil die Schreibstube damals, das waren alles Grüne, das ließ ich leicht machen. Ich wurde also gegen irgendeinen inzwischen verstorbenen Muselmann ausgetauscht. Und kam also wieder zurück nach Mauthausen-Gusen. Und waren dort die Lebensbedingungen besser wie in Auschwitz? Nein, genauso schlecht. Genauso schlecht? Genauso schlecht. Mauthausen-Gusen, also ich hätte Mauthausen-Gusen, ich bin Ende Dezember weggekommen von Mauthausen-Gusen. Mir hat praktisch die Luftwaffe das Leben gerettet. Die forderten Hochfrequenzler an. Und ich stand schon zweimal auf dem Appellplatz in Gusen zum Transport, wurde aber jedes Mal wieder zurückgestellt. Von dem Hauptschirmführer Gmielewski, weil ich ein sogenannter RU-Häftling war. Das heißt, auf dem Transport... Rückkehr unerwünscht. Ja, sehr richtig. Ich war ein RU-Häftling. Aber trotzdem, die Luftwaffe forderte mich an, weil sie wenig Spezialisten hatte. Und da hatte ich das Glück und kam nach Sachsenhausen-Oranienburg. Ich war selbst im Lager Sachsenhausen nur zwei Tage, die üblichen zwei Tage Quarantäne und Entlausung und kam dann zu Heintel. Damit war praktisch meine Leidenszeit beendet. Aber ich hatte Löcher in den Beinen, Hundewisse auf den Beinen und natürlich Wasser. Und sicher der Hunger war groß, aber es schlug einen dort niemand mehr tot. Und dieser Tatsache habe ich überhaupt zu verdanken, dass ich heute noch hier sitze. Denn ich hätte im Mauthausen-Gusen vielleicht noch eine Woche gelebt. Länger nicht mehr. Nun sagen Sie mal, kennen Sie von diesen Angeklagten, die sich hier befinden, irgendwelche? Sie haben doch sicher die Namen schon in der Zeitung gelesen. Ja, ich weiß es natürlich. Ich habe nur, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, inzwischen nicht von diesen Angeklagten hier. Durch Zufall habe ich einen Massenmörder ausfindig gemacht. Also ein Kumpan, das ist der Maximilian Pelz, genannt Tomix, der im Komplex Sachsenhausen ist gegen ihn ermittelt worden. Aber es ist nichts Bedeutendes zu teilkommen. Ich kenne ihn aber als Massenmörder von Auschwitz. Und ich muss ehrlich sein, wenn ich nur den Namen Pelz allein gehört hätte, wüsste ich das heute auch nicht mehr. Aber sein Spitzname Tomix, der mit durchging, das brachte mich natürlich in Erinnerung. Brachte mir in Erinnerung. Und ja, es ist immer ungeheuer schwer. Sehen Sie, ein Muselmann hat andere Sorgen, als sich um die Namen dieser Leute zu kümmern. Das ist das Schwierige heute bei dieser Sache. Aber natürlich kennen wir vom Sehen die meisten inzwischen, haben sie sich auch verändert. Sie haben immer ein Point oder nicht, sie haben eine Glatze oder jedenfalls sie haben sich derart verändert, dass sie ihrem Bild von früher nicht mehr gleichen. Ja. Und es ist ja nun auch so, wenn irgendeiner etwas tat, sagen wir mal, der schlug einen oder sonst etwas, dann versuchte man als Muselmann so schnell wie möglich wegzukommen. Und sich nicht erst groß umzudrehen, wer das war. Ja. Ja, ja, das kann ich durchaus verstehen. Unsere Sorge war doch so groß, ich weiß, auf dem Holzhof, wir haben von den Muselmännern, die dort starben, wo wir wussten, die noch früh rauslieben, aber wo wir wussten, dass sie starben, haben wir, ich erkläre das hier ganz offen, und die schon nicht mehr essen konnten, noch ein Stück Brot mit der Schnur um den Hals hatten, haben wir von den Toten das Brot genommen. Das waren unsere Sorgen, aber nicht fest, wir konnten nicht wissen, dass fast ein Vierteljahrhundert hinterher mal die Namen nun wichtig sind. Und ja, ich bin kompetent für Fritsche, Lagerführer Fritsche, Palitsch, Arbeitsdienstführer Hössler und vor allen Dingen für den Sadisten Seidler, den ich dann später in Mauthausen-Gusen wieder getroffen habe, Obersturmführer Seidler. Und was hat der für Amt in Auschwitz? Der war Lagerführer II. Lagerführer I war Fritsche, Lagerführer II war Seidler. Und Kadok haben Sie dort nicht gekannt? Nein. Nein. Und Hofmann auch nicht? Das heißt, gekannt hat man sich alle. Nun müssen Sie bitte meine Situation verstehen. Ich war immer mit Polen zusammen. Ja. Ja, und die Polen haben sich unterhalten, ich spreche nicht Polnisch, ich habe ein paar Brocken aufgeschnappt. Also weiß ich auch zum Teil nicht, wer die Namen sind. Man kannte sie nur, der Blockführer so oder der so. Aber die Namen, das konnte man nicht wissen. Ja, Bettnarek haben Sie auch nicht gesehen dort. Ja, war nicht Bettnarek der Block-Elste von Block 11? Der war in Auschwitz 8a. Nein. In welcher Zeit? Das war ziemlich am Anfang, wie Bettnarek dort war. Da gab es aber noch kein 8a. Von wann ab gab es denn 8a? Also Bettnarek war zunächst Block-Schreiber und dann war er vom August etwa 1941 bis Anfang 1942 war er Block-Ältester in Block 8 oder 8a. Er behauptet in 8a. Herr Vorsitzender, es würde die Sache vereinfachen, wenn ich seine Nummer wüsste, dann könnte ich Ihnen in etwa sagen, wann. Weiß ich, bitte. Ja, können Sie denn sagen, wie er aussah ungefähr? Nein. Aber wenn ich die Nummer wüsste, dann wüsste ich auch das Datum. Ja, ich möchte eigentlich doch, dass Sie mal sich die einzelnen Angeklagten ansehen, ob Sie doch den einen oder anderen vielleicht wieder erkennen. Ich bitte doch, die Angeklagten mal alle vorzutreten. Ich habe dieselbe Zeit wie ich. Wo waren Sie zuerst? Auf welchen Block? Auf Block 3. Ich sage mir, auf Block 7, Schreiber. Ich meine, ich will Block 3. Der Block 3 also hinten. Ganz hinten, jawohl. Was waren Sie doch? Nur, wie war ich? Nur Schreiber. Schreiber. Aber zuerst eine Stunde. Ich nehme also an, ich gehe richtig in die Annahme, dass Sie doch sprechen. Sprecher-Polisch. Ja, dann sind Sie für mich natürlich kein Begriff gewesen und fielen Sie bei mir und in die Politik. Aber Block 8a war schon 41, das war schon ein alter Block. Wo soll der gewesen sein? Ach, und dann 8a, hinter dem mittleren Bau gegenüber der Küche, wo ein Neubau, ich weiß dann später nicht. Wenn Sie vor der Küche stehen, war der rechte Block der Block 9. Ja, die anderen Angeklagten bitte ich mal wieder Platz zu nehmen. Bettnarek, gehen Sie mal hinten hin an die Tafel und zeigen Sie mal, wo das gewesen sein soll. Hier war Block 8 vorne Eingang und Block 8a war von der Seite Eingang. Ja. Ja, nun das wurde bei uns doch aber trotzdem mal als Block 8, genau wie hier 17 bezeichnet. Sie sehen es auch nicht A da. Sie meinen Flügel. Das ist nicht Block. Nein, am Pateri, also am Stockwerk. Am Stockwerk. Ja, das ist der, das ist ein Flügel ist das. Aber die Blocknummer war immer 8. Nein, Block 8a war Pateri, äh, Stockwerk. Das ist der Flügel. Das ist der Flügel. Denn wir wohnen ja auch hier am Block 17, auch unten und oben, auch mein Anfangsblock. Der hieß nur Block 17. Ja, dann nehmen Sie bitte beide wieder Platz. Sie haben auf einen Angeklagten gezeigt, der heißt mit Namen Dylewski und war bei der politischen Abteilung. Haben Sie mit dem irgendwas zu tun gehabt? Nein, ich kann mich nur an das Gesicht erinnern. Ja. Ich war einmal bei der politischen Abteilung zur Vernehmung und, äh, also völlig normale Vernehmung. Ich wurde weder gefoltert noch sonst etwas. Ja, ja. Waren Sie auch einmal in dem Krankenbau? Nein, da haben wir einen großen Bogen drum gemacht. Ja. Waren Sie einmal in dem Bunker gesessen, im Arrest? Nein, nein. Noch nicht. Ich habe zwar am Pfahl gehangen und bin auch über den Bock gegangen, aber in Mordhausen, nicht in Auschwitz. Nicht in Auschwitz. Ja. Wie gesagt, ich bin eben mehr kompetent für die Zeit. Also Fritsche, nicht, und Palitsch, Hössler und vor allen Dingen Seidler. Also ich kann da wenig Konkretes sagen. Ich sagte Ihnen ja, ich war Jahre durch Muselmann und die einzige Sorge war, wenn man das hier so sagen muss, das fressen. Nicht, um zu überleben. Denn ich wog niemals während meiner ganzen sechseinhalb Jahre Lager über 100 Pfund. Ja, ich halte das für durchaus glaubhaft, Herr Zeuge. Es steht allerdings im Widerspruch zu manchen Zeugenaussagen, die hier aus dieser Zeit sehr konkretes Wissen gehabt haben, obwohl es Ihnen gar nicht besser ging als Ihnen auch. Ja, aber jedenfalls zum Zeitpunkt November, Dezember war vom Block 10 aus niemals die Möglichkeit einer Einsicht zum Skistand gegeben. Wir sagten Skistand, nicht schwarze Wand. Ja, das war in dem Raum, wo Sie waren. Ja. Nun ja, aber es ist doch wohl nicht anzunehmen, dass die anderen... Ob es im ersten Stock anders war, das müssen wir dahingestellt haben. Würde sich doch die ganze Maßnahme als solche Adderzudum führen. Ich meine, wenn man ein Zimmer verblendet, müsste man doch die anderen auch verblenden. Naja. Ja, dann sind keine Fragen mehr an den Zeugen vonseiten des Gerichts. Die Häftlingsnummer, welche Häftlingsnummer hatten Sie? 1305. 1305. Sonst noch eine Frage, Herr Stassenwald. Herr Badewitz, aus Ihrem Lageraufenthalt ergibt sich, dass Sie während der Neubauten im Lager waren. Haben Sie eine Erinnerung noch daran? Ja, also auf dem Appellplatz die Neubauten. Ja, die meine ich. Ja. Ja, Erinnerung welcher Art? An die Baugruben und ob in den Baugruben Wasser war. Ja, ich bin schon mal danach gefragt worden. Von wem? Von einem Anwalt. Und zwar folgendermaßen, ich hatte mich, ich lag im August vorigen Jahres mit Beinbruch und hatte viel Zeit zu lesen. Und da las ich die Zeugenaussagen mancher Häftlinge, die einfach nicht stimmen konnten. Und wandte mich daraufhin an den Anwalt und sagte, hören Sie, es geht mir nicht darum, etwa diese Leute zu schützen. Aber im Interesse der Objektivität möchte ich Ihnen sagen, so kann das nicht gewesen sein. Und ich tue das vor allen Dingen im Hinblick darauf, weil unsere Gegner ja nur darauf warten, wenn durch Errüngungslücken und so weiter Zeugenaussagen nicht ganz richtig sein können, um dann zu verallgemeinern und zu sagen, was die sagen, stimmt ja alles nicht. Ja, nun das haben Sie also in der Zeitung gelesen und was, dann sind Sie zu einem Anwalt hingegangen und haben das gesagt. Ja, ich habe mich erkundigt, wer da zuständig sei, ich weiß auch jetzt nicht mehr, welche Aussage es war. Und dann war es eben der Anwalt, Herr Dr. Erhard. Ja. Und er hat mich dann am Krankenbett besucht und da habe ich Ihnen das gesagt, das kann einfach nicht stimmen, wenn behauptet wird, dass also nach meiner Zeit, man müsste dann höchstens die Blenden wieder weggenommen haben, aber das ist doch unwahrscheinlich. Mhm. Ja, bitte schön. Herr Badewitz, mir ging es um die Baugruben und das Wasser da drin. Ja, natürlich war mal Wasser drin oder auch mal nicht. Ich selbst habe in einer der Baugruben, wurde ich mit hineingetrieben an einem Nachmittag, da sah ich zum ersten Mal seit Jahren eine adrett angezogene Frau im Kostüm, also eine Frau eines SS-Offiziers und da trieben die, was weiß ich, 100, 200 von uns in die Grube und wir mussten schaufeln und das wurde gefilmt. Wie tief waren denn die Baugruben? Bitte? Wie tief waren die Baugruben? Zwischen zweieinhalb und vier Meter etwa. Ja. Eine andere Frage noch, Herr Badewitz. Sie haben Ihr Ankunftsdatum in Auschwitz mit Sommer 40 angegeben. Nach den Unterlagen in Arolzen über Sie war das erst im Februar 41. Nein, das stimmt nicht. Ich bin, wie ich schon sagte, noch mal zurück, wie ich eingangs erklärte, ins Polizeigefängnis nach Beuthen zurückgekommen. Ich weiß heute noch nicht, warum. Wie lange waren Sie in Beuthen? Bis Dezember. Bis Dezember 40. Das hatte ich von mir. Dankeschön, weiter. Ja, aber doch noch etwas. Herr Badewitz. Mit den Baugruben. Herr Badewitz, wie war das mit den Baugruben? Sie sagten, da war mal Wasser drin, war mal kein Wasser drin. War das Wasser so tief, dass da ein Mensch drin ertrinken konnte, unter Umständen? Sehen Sie es wieder, dasselbe. Darum kümmerten wir uns doch gar nicht. Ja. Das lag doch außerhalb jeglichen Interessen für uns. Haben Sie mal erlebt, dass Leute da reingejagt worden sind und nicht mehr rausgekommen sind? Auch wenn Sie reingejagt worden sind, dann hätte ich mich auf dem Absatz umgedreht und wäre weg. Nichts wie weg, sonst wäre ich mit dazu gekommen. Ich meine, dass Sie auch mal dabei gewesen sind vielleicht. Sie war nicht dabei. Nein. Wie gesagt, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich mich sofort weg, weg, nichts wie weg, sonst kommen Sie mit. Das ist das gleiche Schicksal. Das glaube ich Ihnen. Herr Rechtenmann-Fraber. Herr Zeuge, welcher konkrete Sachverhalt wurde Ihnen bei Ihrem Verfahren in Breslau vorgeworfen, vor dem Oberlandesgericht? Landesverrat. Ja, ich meine, welcher konkrete Sachverhalt, was wurde da gesagt? Also das ist jetzt ja nur ein Rechtsbegriff. Was wurde Ihnen damals vorgegeben? Ja, also ich bin damals, wie gesagt, emigriert, war im Saargebiet und habe den Fehler begangen und bin mit dem Emigrantenpass nach Frankreich, ohne mir ein Visum zu beschaffen. Und die Franzosen haben mich natürlich in Metz sofort eingesperrt. Wann war denn das? Bitte? Wann war denn das? Das war genau im September 1934. Und die Franzosen haben mich eingesperrt und bewogen mich nun, Landesverrat gegen Deutschland zu betreiben. Ich sollte also nach Saarbrücken zurückfahren mit irgendwelchen Instruktionen und so weiter und so weiter. Ich bin zum Schein darauf eingegangen und bin sofort nach Deutschland zurück. Trotzdem, ich wusste, dass ich nun wegen Hochverrat eingesperrt werden würde und habe mich sogar hier in Frankfurt am Main bei der Gestapo gemeldet. Vielleicht sind diese Akten noch da. Und die Gestapo Frankfurt am Main, hier bin ich verhaftet worden, am 1. Oktober 1934 kam Ultimo 34 auf Transport über Halle Sagan nach dem Oberlandesgericht Breslau. Und bin am 14. Februar in Breslau verurteilt worden, zu sechs Monaten. Und ich meine, bei den Nazis durfte das wohl der einzige Landesverratsprozess gewesen sein, der mit sechs Monaten geendet hat. Denn dann war doch lebenslänglich oder Todesstrafe obligatorisch. Waren Sie denn wegen Landesverrats nicht wegen Hochverrats verurteilt? Das ist so. Die Heimatgestapo, an der liegt ja alles. Die Heimatgestapo hat gesagt, vor allen Dingen mein Vater war ein großer Feind. Und das wollten Sie an mir auslassen. Mein Vater war blind, alleinstehend. Die haben gesagt, wenn wir den jetzt Vorbereitung zum Hochverrat, da kriegt er nicht viel. Er ist 21 Jahre alt, was werden Sie ihm schon geben? Der war aber in Metz, hängen wir ihm Landesverrat an. Und das ist natürlich ausgegangen, wie ich schon sagte, wie es Hornberger schießen. Ich hatte ja keinen Landesverrat gegangen. Im Gegenteil, ich hatte, das hat ja auch der Major Schniewind hervorgehoben, dass ich mich vorbildlich verhalten habe. Dass ich trotz der Gefahr, wegen Hochverrats bestraft zu werden, nach Deutschland zurückkam, weil ich mir sagte, Landesverrat, davon will ich nichts wissen, das ist auch zu gefährlich. Hochverrat ja, Landesverrat nein. Dann eine weitere Frage, Herr Zeuge. Sie berichteten dann von mehreren Verhaftungen, die sich nach Ihrer sechsmonatigen Gefängnishaft anschlossen. Was wurde Ihnen denn damals erzählt? Was waren denn das für Gründe? Ja, entschuldigen Sie bitte, die Gestapo hat es gar nicht nötig, Sie nach Gründen zu fragen. Also es wurden keine Gründe mitgetan? Dann eine weitere Frage. Haben Sie in Frankfurt einen festen Wohnsitz? Ja. Sind Sie Ingenieur? Ja. Was für ein Ingenieur? Hochfrequenz. Hochfrequenz. Haben Sie eine feste Anstellung in Frankfurt? Ja, das ist so. Ich wollte bereits am 20. Oktober nach den USA auswandern. Die Papiere sind alle fertig, aber meine Lunge ist nicht in Ordnung. Jetzt habe ich zwölf Schichtaufnahmen bekommen im Dezember und die Lunge ist noch nicht in Ordnung. Und die nächsten Aufnahmen sollen im April stattfinden. Ja. Dann eine letzte Frage. Sind Sie außer wegen dieses Landesverrats sonst noch bestraft worden? Haben Sie weitere Fragen? Ja, drei Geldstrafen habe ich gehabt. Da ist das Gewerbeamt amok gelaufen. Sonst nicht? Nein. Danke. Bitte. Also die Geldstrafen waren 30, 40 und 50 Mark. Ja. Von Seiten der Verteidigung. Herr Rechtswahl, er hat keine Fragen mehr. Herr Dr. Stollingzweig. Herr Zeuge, Sie sagten, wenn ich Sie recht verstanden habe, Sie hätten die Häftlingsnummer 1305 gehabt. Ja. Haben Sie die in Auschwitz bekommen? Ja. Ist die irgendwie eintätowiert? Bitte? Nein. Der Reichsdeutsche durfte überhaupt nicht tätowiert werden. Dann möchte ich Ihnen mal vorhalten, dass der Ande Klagde Bettnarek, der zwei Monate vor Ihnen nach Auschwitz gekommen ist, die Häftlingsnummer 1325 hatte. Eintätowiert hat, ja? Eintätowiert? Nein, auch nicht eintätowiert. Aber er hat 1325. Bitte? Er hat 1325 nach seiner Einlassung. Ja, ich kann nicht verstehen. Ist er eintätowiert oder nicht? Nein, 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 nein. Ja, und was ist bitte mit der Frage? Ja, Sie sind doch im August gekommen. Er ist im Juni gekommen. Ich nehme nicht an, dass die Nummern rückwärts gegeben worden sind. Ja, dann kann es auch Juli gewesen sein. So genau kann ich Ihnen festlegen. Kann es auch sein, dass Sie vor Juni hinbekommen? Nein, 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 nein. Nein, kein Fall. Wie gesagt, ich wurde dann wieder zurück nach Beuten gebracht. Sonst sind keine Fragen mehr zu stellen, auch von den Angeklagten nicht. Können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Wiesem schwören? Ja, Sie sind doch ein Möglichkeit. Wie gesagt, ich bin ein soldarisch. Ich mache alles. Ich habe iedereen.